Warum haben Sie sich für die große Überholung in Jenbach entschieden? Dazu muss ich immer vorgreifen, die Envitek Service GmbH ist vom Prinzip ein klassischer Dienstleister, aber hat keine eigene Fertigung oder Produktion. Wir greifen auf Komponenten vom Markt zurück und bauen diese um und aus und sind in den letzten Jahren sehr gut mit den Originalprodukten von der Firma Jenbach gefahren. Welche Vorteile hat das denn für Sie gebracht letztendlich? In der Summe ist letztendlich das, was unsere Kunden auch betrifft, die Verfügbarkeit der Motoren, Stillstandszeiten. Wir haben auch schon mal einen BRKW in den Service zurückbekommen. Der Kunde war früher schon mal mit einem anderen Dienstherst unterwegs, hat dann Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt, durch den externen. Es gab Über- und Untermaße, es war nichts protokolliert am BRKW. Somit sind dann schnell mal eine Woche länger Stillstand am BRKW, als wenn die Originalteile hand- und vorbereitet in einen Service gehen. Und eine Woche mehr Stillstand bedeutet natürlich ganz klar auch für den Kunden Verluste, Inputstoffe, die da sind, die verbrannt werden und kein Strom, der produziert wird. Also Verfügbarkeit ist einfach ein großes Thema und das ist für uns sehr wichtig. Haben Sie denn auch Upgrades durchgeführt an Ihren Motoren? Vom Prinzip her kriegen wir, ich sag mal auch vom Markingbereich hier im Jambach immer wieder, unser Vertrieb wird geschult über neue Produkte, was gibt es. Und diese Produkte bieten wir natürlich dann auch unseren Kunden an. Das ist immer dieser Klassiker, das Flex-Overhaul-Programm, wo ich damals gedacht hatte, das Produkt wird nie verkauft. So ein klassisches Schreibtischprodukt haben wir sehr erfolgreich fast 100 Mal in Deutschland verkaufen können. Und damit den Kunden natürlich auch eine sehr flexible Möglichkeit gegeben, durch geplante Maßnahmen, kurze Stillstandszeiten die große Überholung zu machen. Also das ist jetzt das eine Upgrade, aber ansonsten, ich sag mal, für jede Leistungssteigerung oder jedes Upgrade, was dem Kunden letztendlich einen Mehrwert bietet, bieten wir an. Der eine oder andere Kunde springt darauf an, kauft es und der andere nicht. Welche Erfahrung haben Sie denn insgesamt mit unseren überholten Motoren gemacht? Generell kann man sagen, gute Erfahrungen, also keine schlechteren Erfahrungen als vom Neuprodukt. Also da gibt es keine großen Unterschiede. Würden Sie uns denn weiterempfehlen, beziehungsweise was schätzen Sie denn so an der Zusammenarbeit mit uns? Ich glaube, allein die Tatsache, dass ich glaube 98% aller Motoren, die Elmitec gekauft hat, von Jambach kommen, ist Werbung genug. Herr Bringmal, herzlichen Dank für das ausführliche Gespräch und den Erfahrungsaustausch. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.